Du bist ein Hacker. Ja, hat er mir gerade geschrieben? Weg, Junge, du bist ein scheiß Hacker. Mit Hackern wollen wir nichts zu tun haben, Mann. Wenn du in den nächsten 4,44 Sekunden nicht das Video likest und den Kanal abonnierst, dann... Ach, es passiert gar nichts. Wem mache ich was vor? Ich hätte einfach nur gerne viele Abos. Hey, hallo, hi, wie geht's euch? Ich habe mir gedacht, es wird endlich Zeit, einem Clan beizutreten. Nur leider bin ich in Fortnite so schlecht, dass ich eh nirgendwo reinkomme. Deswegen suchen wir uns ein Handy-Clan. Und das Ding ist, ich werde nicht wirklich auf Handy spielen, sondern weiterhin mit Maus und Tastatur, was schon ziemlich krass cheaten ist. Hoffentlich bemerkt das keiner. Extra für das Video habe ich auch ein bisschen auf PC geübt. Und ja, sagen wir mal so, das könnte echt spannend werden. Aber lasst uns keine Zeit verlieren und einen Clan suchen. Falls ihr euch wundert, warum die Stimme etwas anders ist, hat das überhaupt jemand gemerkt? Ich bin wie Standard-Skill umgezogen, nur nicht in so ein geiles Haus, sondern in ein kleineres Zimmer, weil, ja, zu wenig Leute meinen Creator-Code benutzt haben. Ihr 31er. Wenn ihr mich doch supporten wollt, dann gebt doch einfach meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Das wird mich auf jeden Fall freuen. Ich war also auf der Suche nach einem Clan und finde auf einmal den hier. Oh mein Gott. STMB. Sexy Tryhard Mobile Boys. Nur Handy. Naja, schade, dass die Jungs kein Discord haben. Sonst hätten wir die bestimmt richtig gut verarschen können. Nach 20 Minuten habe ich jetzt endlich einen Clan gefunden. Und zwar ist es der Psycho-Fortnite-Handy-Clan. Sieht einigermaßen legit aus. Ich fülle es jetzt einfach mal aus. Wie viele Stunden Fortnite spielst du am Tag? Oh, die Frage ist, wann ich nicht spiele. Viel zu viel. Warst du schon mal in einem Clan? Ja, klar. Wie gut bist du in Fortnite? Schlecht? Geht so? Gut? Pro? Bugger? Warst du ein Bugger? Hm, Pro natürlich. Bitte füge deinen Discord hinzu. Der Psycho-Leader wird sich mit dir in Verbindung setzen und dich auf Discord einladen. Hört sich doch gut an. Was ist das? iPhone ist besser als Samsung. Antworte nicht drauf. Hm. Niemals. Senden. Ihre Antwort wurde gesendet. Okay. Dann warten wir mal. Okay. Ich wurde auf Discord eingeladen und warte jetzt hier in diesem Raum. Oh mein Gott. Hoffentlich kommt noch jemand. Alter, du hast mich ganz schön lange warten lassen. Ich hoffe, dass das hier ein krasser Clan ist. Ey, ich sag dir mal, wie es ist, Mann. Wir sind ein geiler Clan, Mann. Ich würde dich ja nicht umsonst warten lassen, aber wir haben halt, weißt du, was das Ding ist? Wir haben halt Tausende, wenn wir Werber sind. Ich hab eine halbe Stunde gewartet, Mann. Ey. Ich sag mal, ich hab doch gerade gesagt, wir haben Tausende Bewerber, Mann. Tausende Bewerber, nur zehn Mitglieder. Alles klar. Deswegen, ich hab nicht für jeden so viel Zeit, Mann. Meine Zeit ist auch begrenzt. Ich hab euch im Internet gefunden und es sah auch gar nicht so schlecht aus. Ja, wir sind auch ein krasser Clan, Mann. Sogar Standardskill wollt ihr mal bei uns spielen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das wahr ist. Sag mal jetzt, was auf... Also, du weißt ja, wir sind ein Mobile Clan, ne? Ja, ja, genau. Oh, warte, ich krieg hier kurz Anruhe auf mein Geschäftshandy. Also, erst mal auf welchem Handy spielst du, du? Oh, scheiße. Er weiß, dass ich ein iPhone 5 habe. Äh, ja, ich hab, ähm, ein iPhone 12. Was für ein Ding? Scheiße, das gibt's gar nicht. Äh, iPhone 10, meine ich. Ich hab ein iPhone 10. iPhone 10, okay. Hat es fürs neueste iPhone nicht gereicht, oder was? Ja, äh... Sag mal, was hast du so drauf? Erzähl, Mann, Mann. Was hast du so drauf aus der Zahnbillade? Ja, ähm, ich meine, ich bin der Beste in allem, ne? Ich meine, ich kann alles bauen, was du willst. Ich bin der Beste Spieler. Ich hab in der Arena 6.500 Punkte und so. Beeindruckt mich jetzt... Also, beeindruckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil ich... Nicht. Ich mach ihn halt von einer Woche. Was? Also, mach mal hier so ein Dreier, oder? Mach mal, mach mal ein Dreier. Nein. Warum will der keine Nineties sehen? Ich hab nur Nineties geübt. So, jetzt. Oh, scheiße, nein, ich pass mal. Oh, nein. Nein, 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 nein. Komm, schau. Ey, schreib mal die Kommentare, sah das gut aus? Ey, Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Kann man so geschlägert sein? Digga, ich hab dir gesagt, meine Zeit ab... Warte mal. Komm mal runter, komm mal runter sofort. Digga, was soll, was soll diese Scheiße hier, Mann? Ja, das ist der neueste Schrei, Mann. Das macht jeder. Der neueste Schrei, okay. Ja, die ganzen Pros machen das. Das setzen auch einen davor, weil das so eine Taktik... Gut, wenn du das so sagst. ...kann man hier einfacher bearbeiten. Sieht man doch. Ich kenn's ehrlich gesagt nicht, Mann, aber... Ich lern immer wieder neue Sachen, Mann. Okay, ansonsten, was hast du noch so drauf? Ja, ich bin der Beste in One-We-One. One-We-One? Ja, ich mach jeden platt. Ach, du sagst, du machst jeden platt? Äh, ja, wieso? Dann wirst du jetzt gegen einen meiner besten Leute kämpfen. Oh Gott, ich hoffe, der Typ kann nicht bauen. Ich sag dir eines, okay? Okay. Es kann sein, dass du jetzt gleich Rage-Quittest, ja, weil er dich so halt auseinander nimmt. Was sind da, warst du? Also, ey, Pupsi. Ey, wer ist Pupsi? Ja. Wollen wir mal, guck mal, ich hab hier einen Typ, ja, der möchte sich bei uns bewerben. Der redet der da gerade. Okay, also ich möchte jetzt, dass du ihn wirklich zum Rage-Quitten kriegst, okay? Ich möchte, dass du ihn komplett auseinander nimmst, ja? Okay. Willst du das schaffen? Ja. Alter, der Typ hat sich ja 19,7 Jahre alt. Geht dir überhaupt schnell in die Schule? Also, let's go, Mann. Ja, nach welchen Regeln spielst du denn eigentlich? Äh, ganz normale One-We-One-Regeln. Bis auf die Tatsache, dass ich mit Maus und Tastatur spiele. Ja, können wir gerne machen. Okay, also, also Jungs. Ich zieh runter und dann fängt's an, okay? Möge der Bessere gewinnt, Pupsi. Ich hoffe für dich, Mann, dass du ihn auseinander nimmst, wie ich dir schon gesagt habe. Drei, eins, null. Hä? Wo war denn die zwei? Alles klar. Guck, der wird dem Pupsi einen kleinen Vorteil geben. Nein, das klappt. Ich bin verwirrt. Was kann ich machen? Autsch. Hä? Was war das denn? Pupsi. Hä, das ist ja voll der Bot. Das war einer. Ich bin auf weg vom Fight. Was seid ihr denn für ein Clan? Hä? Pupsi, willst du mich auf dem Arm nehmen, Mann? Du kämpfst jetzt gegen ihn, Mann. Oh, Pupsi ist gleich tot. Äh, äh, war das jetzt Spaß, oder? War das ernst? Ich dachte, das wäre dein bester Spieler, Mann. Ah, warte, er schreibt mir gerade über WhatsApp. Er hatte gerade schlechtes Internet. Ah, ja, klar. Er hatte bestimmt Lack, ne? Ja, genau. Ja, klar. Und sein kleiner Kunde ist kurz an den PC gegangen. Was sabert der Typ? Alles gut, Mann. Es kann passieren, man weiß, was ich mal so ist. Kann man ihm nicht übeln. Ich meine, der Typ war komplett scheiße, aber okay. Ich würde sagen, wenn man... Ey, what the fuck, big... Big, 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 big. Ey, nochmal ein 1 gegen 1, das ist diesmal ohne Internetprobleme, okay? Äh, alles klar. Ich zähle es runter und dann fickst du die dann, okay? Pupsi enttäuscht mich nicht, Mann. Okay? Du weißt, meine Zeit, das kostet, enttäuscht mich nicht. Also, 3, 0. Läger, zähl doch richtig runter bis 3. Was ist das für einer? Ich glaube, Pupsi spielt um alles. Ich verstehe nicht, was hier gerade abgeht. Was seid ihr denn für ein Clan? Ich dachte gerade, das wäre Spaß gewesen. Was redest du? Man nimmt dich doch gerade auseinander, Fassmann. Wo ist denn der Pupsi hin? Hey, ich seh den nicht. Wo ist der? Hey, der versteckt sich. Nein. Das war's schon wieder. Das war ja easy. Ich dachte, wir hatten Pro-Clan. Schreibt mal in die Kommentare, ob das gute Spieler sind. Wir sind ein Pro-Clan. Ja, ich glaube, Pupsi hat heute einfach einen schlechten Tag wahrscheinlich. Warte, ich spreche gerade mit ihm. Er schreibt mir. Ah, ich verstehe, okay. Ah, ich verstehe auch. Der ist einfach scheiße. Ah, ich verstehe. Ja, okay, alles da. Pupsi, wo bist du? Hörst du mich noch? Ja. Okay, ich sag ihm das mal ins Gesicht. Ich sag ihm das, was du mir geschrieben hast, okay? Weil du willst du schon ehrlich zu den Leuten reden, okay? Oh, jetzt sag das mir ins Gesicht. Also, Pupsi hat mir geschrieben. Pupsi! Der ist Pupsi, oder was? Er ist schlecht, dass er gar nicht braucht, gegen dich zu fighten, dass er sich selbst gekillt hat, Mann. Weißt du, was ich meine? Ah, okay, verstehe. Das ist das Pupsi, ne? Hau rein, Pupsi. Hast du das gegen den Pupsi hier verloren? Er sagt verloren, alles klar. Äh, nicht verloren, weil er, du weißt, er hatte ein paar Inside Connections und so, das ist scheiß drauf, ja. Ähm, du machst das gegen einen anderen meiner Männer ein einzigen eins. Ist der besser oder ist der auch so gut wie Pupsi? Ja, trau mir, dieser Typ, ja, der wird sogar fast, fast schon mich wegholen, aber mich zu killen ist wirklich... Locker ist der Typ, easy clap, erste Runde. Wie heißt du, äh, Dex, komm mal ran jetzt hier. Wie ist, hörst du das? Alter, was ist das denn? Alter, nehmen wir das Ding an die Leine. Der Typ hat da psychische Probleme. Psychische Probleme? Warte, warte mal, warte mal. Der hört sich an wie mein Hund. Bobby? Bist du's? Hallo Summer, ich bin Omi. Wir fangen, äh, hier an, am bisschen. Ey, aber beruhig den mal gerade. Ich glaub, der ist grad echt ein bisschen zu wild. Na, warte mal, warte ich will. Na? Hast du Bock auf ihn, hä? Hast du Bock auf ihn? Alter, was für Digg ist das bitte? So, okay, also. Ja, ich glaub, du hast grad ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Kann man mit dem auch reden, oder ist das Standard bei ihm? Was meinst du? Er ist ein Psychopath, Mann. Er hört sich ja an wie ein Pokémon. Hast du's versprochen, ein Psychopath? Das ist echt ein Psycho-Clan. Nein, das gibt's nicht bei uns als kranke Leute. Ich hab's dir doch gesagt, Mann. So, hui jetzt, ich seh' jetzt runter. Ja, okay. Also. Also, ich seh' runter drei. Ja. Hallo? Wann geht's denn los? 1-0. Wo ist denn die 2-Bahn? Oh nein. Ich glaub, Dex ist echt ganz gut. Ja, ich hab dir doch gesagt. Das ist wie ein wildes Pokémon. Ich hab Angst. Quatsch, eine Atmung wird lauter. Okay, ich glaub, der ist doch voll der Bot. Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Oh mein Gott. Ich hab mich sogar getrappt, Alter. Ich hab fünf Sekunden gewartet. Und ich hab ihn trotzdem gekillt. Was seid ihr da für ein Easy-Clap-Clan? Warte, was? Studiert gleich. Ist das wirklich so, Dex? Was schießt er denn? Du bist ein Heckler. Du bist ein Heckler. Na ja, hat er mir gerade geschrieben? Also, der Typ kann nicht reden, aber schreiben, oder wie? Auf mich zu verarschen, man. Aus meiner Zeit verschwendet. Was? Was seid ihr für lächerlichen Clan eigentlich? Was sind du für ein Leader? Was sind das für Leute hier? Mit dem Zirkus-Clan, oder was? Und du bist der Beste, oder was? Ich bin der Beste, Mann. Wie du wegläufst. Komm, bau mal ein bisschen was. Und tot. Ich sag dir, wie es ist. Du bist abgelehnt. Ah, okay, abgelehnt. Wollte eigentlich eh nicht reinkommen, aber egal. War's das jetzt? Ja, das war. Verpiss dich. Ich mein, sind wir ehrlich. Mit dem Hacken hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Aber was war das für ein Toxic-Spieler? Und was waren das für Teammates? Aber nicht schlimm. Rexis und ich wollen ihn unseren eigenen Clan machen. Und der wird ziemlich heftig werden. I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Tryna make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I'm a lucky